Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD Devisenradar am Dienstag, dem 2. August. Hier spricht der Christian Kemmerer und ich grüße Sie. Wir wollen auf den Markt schauen und heute insbesondere auch auf den Goldpreis, der sich schon wieder leicht erholt zeigt. Leicht erholt relativ gesprochen, denn wir hatten ja unlängst schon die letzten Tage eine Erholung gesehen, die wir auch ein Stück weit einfangen konnten. Doch beginnen wir hier am besten mal mit dem großen Bild. Wir sehen hier den Wochenchart, die Ausbruchsbewegung hier von Beginn des laufenden Jahres, insbesondere im Februar hier mit Bruch dieser Abwärtstrendlinie und auch mit dann Attackierung dieser Reaktionshochs hier vom Januar des Jahres 2015 führte jetzt letztlich dazu, dass der Goldpreis weiter seinen Impuls nach oben fortsetzt und hier natürlich exorbitant steile Aufschläge zu verzeichnen hat. Ähnlich sieht es bei Silber aus, doch wir wollen heute eigentlich nur den Goldpreis erstmal betrachten, dann das nächste Ziellevel, das befindet sich hier im Bereich um 1385 rund. Hier diese Hochs vom März 2014, zumindest diese Reaktionshochs sind in Punkte, die hier zuletzt im Juli verfehlt wurden und es scheint halt so, als könnte es jetzt im August klappen. Wir haben natürlich diesen Freitag die Non-Farm-Payrolls aus den USA, da muss man aufpassen, wie die Reaktionen ausfallen, aber hier auch die generelle Tendenz. Es sieht so aus, als könnte der Goldpreis hier durchaus noch weiter anziehen. Rücksetzer scheinen hier gerade im großen Bild auf Wochenbasis immer wieder Gelegenheiten zu sein, den Markt zu kaufen, hier praktisch reinzuspringen und das insbesondere, wenn wir natürlich dann hier sehen, dass der Markt im Bereich um 1300, 1310 Dollar einen soliden Support hat. Und ja, jetzt wird es spannend, ob die Bewegung weiter sich nach oben fortsetzen kann. Wir hatten hier unlängst, wie gesagt, einen Rücklauf, der sich gerade mal über zwei Wochen ausdehnte, letzte Woche wieder sehr, sehr stark und jetzt zieht es den Preis wieder nach oben. Und das wollen wir uns jetzt mal im Tagesschart ein Stück weit genauer anschauen. Wir haben hier die Situation, dass wir rein von der Marktstruktur her sehr schöne Sequenzen haben, keine tieferen Tiefs zuletzt und hier dieses Level zwischen 1300 und 1310. Es reichte, wie gesagt, den Preis gerade mal in Richtung 1310 zu schauen, noch nicht mal dieses Niveau zu touchieren. Wir hatten das damals hier auch mit den Fibonacci Retracements mal dargelegt, dass im Prinzip hier das 38er Level eine schöne Zone wäre, gerade hier wegen dem Spike vom 16.06. mit dem Ausbruch der Brexit-Kerze, dann hier so ein kleiner Pullback am 28.06. und dann hier praktisch so ein idealtypischer Rücklauf, der jetzt nicht ganz so erfolgte wie gedacht. Wie gesagt, der Preis stabilisierte sich hier schon knapp oberhalb von 1310 Dollar und ja, seither geht es nach oben. Hier dieser Pfeil ist genau das, was wir praktisch auch gesehen haben oder sehen wollten. Die Preisentwicklung sollte sich hier entsprechend positiv weiter fortsetzen. Also Preise unter 1300 wären dann hier definitiv jetzt nicht so ideal gewesen. Also der Bias hier war da sehr, sehr gut. Und wenn der Bias schon gut ist, dann schauen wir uns auch auf die Saisonalität und die sieht diesmal auch hier sehr, sehr gut aus. Schauen Sie uns das mal an. Hier im August relative Stabilisierung, will ich mal sagen, mit Aufwärtstendenzen, aber insbesondere dann Ende August mit der Tendenz hier in den September hinein. Das nenne ich mal wirklich eine Fahnenstange. Also hier Saisonal, absoluter Rückenwind. Hat natürlich auch hier mit der fundamentalen Nachfrage aus Indien zu tun. Hochzeitssaison ist ja wie gesagt in aller Ohr und da geht es eben speziell ab dem September dann meistens los hier, dass die großen Goldkäufe einsetzen. So zumindest von der fundamentalen Seite, aber auch saisonal ist es wie gesagt ein Zyklus, der hier den Goldpreis in Richtung des Septembers immer massiv anziehen lässt. Und das, wie gesagt, sind eigentlich sehr, sehr gute Voraussetzungen, dass wir die Marke von 1.400 Dollar durchaus angreifen, Schrägstrich überwinden könnten. Gehen wir nochmal kurz auf den großen Chart für den Fall, dass wir ein neues Reaktionsnuch machen. Haben wir hier im Bereich 1.400 Dollar eben eine Zone, die nun eine Price Action Zone durchaus ist, hier aus dem Jahr 2010 herrührend. Hier ein Durchbruch, hier nochmal ein Pullback 2013. Und eben die Marke von 1.400 als runde Hausnummer immer wieder interessant. Und sollte sich der Preis darüber etablieren können, in diesen Preisbereich vorstoßen und darüber hinaus ansteigen, dann hat sich hier nochmal enormes Potenzial freigesetzt, würde sich freisetzen, weil dann speziell hier, und das ist ein sehr, sehr gut definierbarer Bereich, damals hier in Sachen der US-Banken, ein Ausverkauf des Goldpreises. Hier gab es ja große Spekulationen hier im Frühjahr 2013. Letztlich als diese Marke hier um 1.560, 1.550 Dollar aufgegeben wurde, kam es, wie gesagt, zu einem massiven Korrekturimpuls, der sich dann eben auch weiter fortsetzte. Aber hier diese Unterstützung, damals ist jetzt hier ein ganz klares Widerstandsniveau und mittelfristig durchaus ein Ziellevel. 1.565 Dollar, der Goldpreis in jedem Falle, wenn wir über 1.400 Dollar uns etablieren, die Chancen oder besitzt der Goldpreis die Chancen, dieses Level anzusteuern. Das sieht zumindest sehr, sehr gut aus technisch und insofern die Rahmenbedingungen weiter gut. Ab wann würde es kritisch werden? Nun, wenn der Goldpreis hier zu deutlich unter 1.300 Dollar zurücksetzt, insbesondere hier die Marke von 1.250, das sehen wir jetzt hier auch nochmal im Tagesschaden, noch ein Stück weit genauer. Hier haben wir die Brexit-Kerze und die lag hier knapp über 1.260, beziehungsweise das Opening hier bei 1.249, das Low 1.250 eben rund. Wenn wir hier diese Kerze relativieren sollten, der Goldpreis praktisch dieses Level unterschreiten sollte, dann sieht es wirklich nicht so prall aus. Dann muss man davon ausgehen, dass hier auf jeden Fall noch 50 bis weitere 100 Dollar Abschlag folgen könnten. Deswegen der graue Tendenzfall bleibt hier intakt. Unterhalb von 1.250, 1.260 Dollar wird die Situation brisant für den Goldpreis, ist aber aktuell nicht ableitbar. Gerade wegen der Saisonalität würde ich immer eher vermuten, haben wir hier Rückenwind. Dann muss wirklich schon was Überraschendes passieren, dass der Goldpreis hier nach unten wegbricht. Aber selbst dann achten Sie auf 1.300, 1.310. Diese Zone dürfte der Goldpreis eigentlich nutzen, um eine neue Stabilisierung zu erfahren. Und wenn das passiert, dann ist die Welt sozusagen in Ordnung. Also kurzfristig heute auf den Tag bezogen haben wir hier gerade mal 11,50 Dollar zurückgelegt, sind aber auf Tageshoch gerade unterwegs. Im Schnitt der Goldpreis hier just unterwegs mit 15 bis 16 Dollar. Also ein Stück weit was kann noch folgen, aber dann dürfte es sich relativieren. Die starken, großen Ausschläge haben sich wieder ein Stück weit beruhigt. Das sehen wir hier in den letzten Tageskerzen. Gar nicht mehr so heftige Ausschläge wie hier zuletzt im Juni. Das waren dann doch schon sehr starke Bewegungen einstweilen. Mal hier 25, mal da 30 Dollar oder die Brexit-Kerze hier in ihrem enormen Ausmaß mit beinahe 100 Dollar. Das sind natürlich hier Situationen, die eher die Ausnahme als die Regel sind. Und insofern der Goldpreis aber heute mit einem guten Flow nach oben. Und wie gesagt, das letzte Reaktionshoch, was sich hier bei 1.375 rund befindet, ist auf jeden Fall eine Zielzone. Und darüber hinaus kommt dann eben schon die Marke von 1.400. Da kann man dann durchaus wieder mit einem Korrekturimpuls rechnen. Wir machen das mal symbolisch hier fix, wenn das das letzte Local Low war. Fahrt hinzufügen. Dann sieht es jetzt mal so aus. Und im Bereich von 1.400 vermute ich, könnte ich mir vorstellen, dass der Markt dann auch nochmal zurücksetzt. Gegebenenfalls hier 1.375 vom Juli nochmal antestet, Pullback-technisch, um dann wieder aufzudrehen. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr gut darstellbare, anzunehmende und vor dem saisonalen Background auch logische Abfolge einer möglichen Preisentwicklung. Gut, dann hätten wir es im Prinzip für den Goldpreis heute schon durch. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Morgen natürlich wieder zur gleichen Zeit. Wollen wir dann mal schauen, was uns der Markt da bietet. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.